Jetzt bin ich am Bodensee, im Nussdorf, am Wasser. Ja, gestern habe ich einen Haubentaucher gefangen. Er war verletzt, habe ihn zum Tierarzt gebracht. Ich habe ihn angeschaut, ist nicht weiter tragisch. Und er durfte heute bei einem Tierarzt, Dr. Ganser, in Überlingen, durfte in der Barriwanne baden, um zu testen, ob er schwimmen kann. Er kann es. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich einen bösen Angriff kriegen, von Hubertz, so haben sie ihn genannt. Hubertz ist hier in der Schachtuhr. Dann machen wir ihn vorsichtig auf. Huberti. Geil. Ja, ja. Du, wunderschön. Aua. Ja, er ist sehr aggressiv. Das ist er wahrscheinlich, weil er raus möchte. Und jetzt sind lassen in der Freiheit. Und jetzt ab in den See, mein Freund. Er läuft wieder, das hat er gestern nicht gekonnt. Und jetzt darf er sausen. Ja, das ist dein Wasser. Du, das hat er auch. Hubert, ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Ja, du es, gell. Ja. Jetzt, hau ab. Schwimm. Pirti, alles gut. Der Abend Sonne entgegen. Ja. So, damit haben wir eine gute Gapel gebraucht. Hubert ist wieder auf dem Wasser. Ja, der Böse hat. Hier hinten ist schon mehr, glaube ich. Das ist schon mehr. Ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020